Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Happy Rooms In dem Spiel, wo ich doch noch mal mir gedacht habe, dass ich ihn noch mal weiter versuche. Wir haben jetzt noch 108, 109, 110 und 112, 111 war ja vorhin irgendwie schon weg. Wir versuchen das jetzt mit den Shurigans nämlich, von daher bin ich hier schon am austauschen gewesen fleißig, offscreen. Und hoffe, dass das geht. Okay, das wurde nichts. So. 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 Das ist auch nichts geworden. Hm, was kann man da machen? Genau. So einen Kaputronenstrahl packe ich mal hin. So, wir gehen zum Thema. So, jetzt kriegt er einen Abrallwinkel sogar. So. Schade, auch nicht. So. Hm. Ich merke halt so, dass der Großteil funktioniert halt, ne, so mit richtig schönen Schaden austeilen und dann hoffen und bangen, dass er den restlichen Schaden durch die Sterne kriegt, also die Shurikens, ne, aber na ja gut. Jo, und wir haben wieder einen Hut freigeschaltet und eine Aufgabe erledigt. So, jetzt kommt hier alles drumherum weg und wir machen mit dem Minigun weiter. So, Minigun. Naja, mal sehen, ob das was wird. Wenn wir Glück haben, wird das was, ansonsten müssen wir da auch wieder ein bisschen tüfteln. Was heißt, Minigun feuert der relativ schnell. Heißt, das muss auch relativ schnell gehen, also das Ziel zu erreichen. So, mal gucken. Mh, von Kultiv her gar nicht schlecht. Hier noch Minigun rauf. Da noch mehr Minigun hin und dann passt das auch alles. Zumindest hoffe ich, dass dann alles passt. Oh Gott, habe ich noch Zahnschmerzen? Ja, ich war bei den Zahnarzt, Leute, bevor ich fragte, hä? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war nix, das war wohl nix. Wer weiß, ne? Ah, und natürlich muss er sich dann nach da an hin veröhren. So. Ist doch nicht fassbar. Was dann, wenn ich hier noch wegträume und da noch was auffülle. Ich mache die komplett weg. Ich bin auf den. 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 Das mit der Feder ist nicht so schwer. Dafür räumen wir sogar den Raum auf. Da habe ich nämlich einen Trick aus dem Internet gefunden. Ja, das gibt es immer noch, das Internet. Wir müssen den Raum nur komplett mit den Federn pflastern. Hier an der Wand ein Todesstrahl befestigen. Nochmal überprüfen, ob alle Federn aufs Maximum zusammengeschoben sind, damit man den richtig auspositionieren kann. Dann hier oben eine hin und da oben Federn hin. Und dann noch links und rechts ein Portal hin, sodass er immer über die Federn gepusht wird. Dann noch das Portal und dann haben wir alles, was wir für diesen Raum brauchen. Da hatte ich zumindest die Annahme. Aber wenn das so nicht geht, mache ich hier nochmal ein paar Raketen hin. Die sollten ihn auch nochmal auf die richtige Spur führen. Das war's. 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 Und nach unten der Daayan Halter bel puzzles drin. Noch nicht ganz, aber fast. Ich mache nochmal zwei hier so hin, die aber bitteschön so und so ausgerichtet sein sollen. Und dann fülle ich den Raum nochmal mit Minen auf. Unter anderem, weil ich das kann und unter anderem, weil ich möchte. Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie einen Fehler im Satz. Egal. Tja, und schon bleibt er da liegen. Heißt, wir packen nochmal ein paar mehr Minen hin. Ich weiß, Minen sind nicht für alles die Lösung, aber gerade mal versuche ich es damit. Und natürlich auch mit zwei Eisstrahlern. So. Um halt auch die Eisfanatiker hier zufriedenzustellen. Also die sagen hier, Eisstrahler top. Das ist super. Ich kann das nur auf die Eiffanatiker gibt. Hier raus hier raus. Hier raus. Verstehen wir jetzt mal auf die Eiffanatiker. Wenn das auch weiter geht, dann wir wieder raus. Ohcker ist das Kontakt. echt jetzt man okay dann mache ich halt noch einen eisfaller hier hin und ein hier hinten hin und dann sollte es aber auch passen hoffe ich mit einstrahler sowieso auch eine aufgabe vermeidet doch gleich mal wir schaffen das mit den federn jetzt dann machen wir das gleich mit den eistrahlern danach okay wir haben es nicht geschafft ist aber auch egal ich mache das jetzt mit den eistrahlern so 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 das wird jetzt interessant wir wechseln noch mal den hut so lange wir brauchen nämlich eine wärmere mütze und ab dafür wie wir halt instant gefroren sind so ja nichts geht über eis anscheinend hier in dem spiel also kälte ist auch in so einem scheiß äh ich wollte gerade element sagen scheiß zustand kälte ist glaube ich ein zustand sogar ne aber kälte ist halt scheiße so ich weiß ich rede jetzt nicht an aller menschen nahe weil kät ist halt richtig so du setzt irgendwie schön warm im ort haben Und dann kommst du so in kaltes Land wie Deutschland zum Beispiel, wie wir ja hier sowieso nur immer so maximal, sagen wir mal, 4 Grad haben im Frühling, da denk ich auch so, ach, kalt. Und ich sag mal so, Kälte kann natürlich einen umbringen irgendwo wahrscheinlich. Bloß man kriegt das wahrscheinlich auch gar nicht so schnell mit und wenn, dann hat man es schon zu spät, zu dem Zeitpunkt. Frozen-Tality. So, erledige Tatsache mit Säge, da hatten wir ja auch diesen schönen Trick. So, dass man quasi eine Schrägerutte bauen tut, bauen tut allein schon, bauen, baut, dass man eine Schrägerutte baut, genau, sodass man von A nach B geleitet wird und die Sägen ihren Rest machen. Und dann, woher Sie das bei unsllen. So, wenn Sie das haben, dann müssen wir also sagen, was Sie da sagen? Was ist das bei uns? So, es ist das bei uns. So, es ist das bei uns. So, jetzt muss ich die Schräger, also, können Sie das bei uns dazu sagen. So, ich sag mal, was ich? Du. Ja, ja. Und ab dafür. Nichts. Das ist verwundernd. Dann mache ich hier noch Fekriebschen. Und in anderem Kälte. So. André D. Ich lasse ihn rein plumpsen. Ich glaube, das löst das Problem schneller und auch effektiver. Vorstelletter ist nicht gerade in gefrorenem Zustand. So. Oh, 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 oh Mal sehen, wie lange das so läuft. Auf jeden Fall läuft es länger als die Folge soll, also so in etwa, weil ich habe noch knapp eine Minute, dann ist der Pfad auch schon wieder rum für heute. Den Rest mache ich dann quasi im Off, mit der Säule und alles. Obwohl, vielleicht mache ich das auch im Aufnahme, weil sonst heißt es ja wieder, ich habe das nicht selbst gelöst, sondern habe das irgendwie mir runtergeladen. Ne, 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 das lasse ich mir nicht vorwerfen. Naja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.